Wir schreiben das Jahr 1939. Die Welt befindet sich kurz vor dem größten Konflikt ihrer Geschichte. Eine Zeit, in der mehr denn je mutige Männer gebraucht wurden. Frontier Wars ist ein Weltkriegsspiel für zwei bis vier Strategen und Taktiker ab 14 Jahren mit vier Fraktionen und mehr als 100 Miniaturen. Erobere Gebiete. Transportiere deine Truppen mit Flugzeugen. Errichte befestigte Stellungen und Produktionsstätten. Rekrutiere neue Truppen. Erteile Befehle und bekämpfe deine Gegner, um Länder zu kontrollieren. Unterstütze Frontier Wars von Draco Ideas. Ab sofort in der Spiele-Schmiede. việc vor Augen zu schauen. Je spiele ein einzelnes Schmiede. Errichte Forgen und Striz Achtung. Wannsj insulte Musik.